Von der Andrea Hackelhut und da ist eine Jackelhut und ich möchte das zum Essen bringen, super, eine Dose, ein Spieli und eine Karte. Da steht viele Grüße an den lieben Nebio und seinen netten Betreuer Andrea und Helmut. Vielen Dank. Oh, dem schmeckt es, den Nebio. Süß. Ich die Gehörte.